Contact Tracing. Einfach, schnell und effektiv? Das geht! Gastgeber und Veranstalter tragen heute große Verantwortung für ihre Gäste und deren Gesundheit. Lange Einlasskontrollen, App-Installationen, Anwesenheitslisten oder Registrationen im Vorfeld können einem die Laune leider schon vor dem Event verderben. Das ist mühsam. Sowohl für Gast als auch Gastgeber. GetEntry ist die Lösung für einfaches und sicheres Contact Tracing. Ich als Gast gehe auf getentry.ch, gebe meine persönlichen Daten ein und erhalte per SMS meinen persönlichen QR-Code, meine Entry-ID. Durch die SMS ist meine Nummer verifiziert. Super! Meine Daten werden nach 15 Minuten wieder gelöscht und nicht zentral gespeichert. Ich bleibe anonym. Ich speichere meine Entry-ID als Foto auf dem Smartphone ab oder schicke sie mir per Mail und drucke sie aus. Meine persönliche Entry-ID kann ich danach mehrfach und schweizweit bei allen Veranstaltern mit GetEntry nutzen. Ich zeige sie zusammen mit einem amtlichen Ausweis und eventuell gekauften Sitzplatztickets vor und erhalte somit problemlos Zutritt zu unzähligen Events wie Konzerten, Sportveranstaltungen, Business-Events, Ausstellungen und mehr. Nur nach Aufforderung durch den kantonsärztlichen Dienst wird die Gästeliste dem kantonalen Contact Tracing Team schnell und einfach zur Verfügung gestellt. Nach 14 Tagen werden meine Daten automatisch vollständig gelöscht. Stopp! Der Großvater will ein Eishockey-Spiel seines Enkels besuchen. Jedoch verfügt er weder über Smartphone noch Computer. Kein Problem! Mit GetEntry kann sein Enkel für ihn die Entry-ID lösen, ausdrucken und ihm in Papierform übergeben. Mit GetEntry erhalten Veranstalter und Gäste ein einfaches und sicheres Hilfsmittel für das Contact Tracing. Dabei legen wir großen Wert auf erhöhte Einfachheit, Datenschutz, Wiederverwendbarkeit und Verhinderung von Missbrauch. Mit SMS-Verifikation und schweizweiten Einsatzmöglichkeiten setzen wir neue Maßstäbe. Starten Sie noch heute auf getentry.ch